Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Mittag. Heute gibt es für euch die Outtakes. Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend. Ah, mal am Mittag. Kriege ich das in meine Birne nicht rein? Nein, nochmals. Ähm, herzlich Willkommen. So, jetzt. Hallo und herzlich Willkommen. Wind, hör doch mal auf. Bei Wind kann man nicht arbeiten. Dieser Wind heute wieder. Geht mir auf den Geist. Ach, Wind jetzt. Hör doch mal auf. So, Manuel am Mittag, Freunde. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ach, scheiße. Ja, das waren die Outtakes in Manuel am Mittag. Morgen geht es weiter mit Manuel am Mittag. Da gibt es aber keine Dreharbeiten, sondern die ganz normale Folge, so wie immer. Nur morgen wird mein Kameramann nicht dabei sein, aber das ist ja nicht so tragisch. Wir sehen uns morgen wieder. Zum anderen am Mittag. Bis dahin. Und Tschüss.